Das ist eine sehr gute Frage und die Antwort ist, es ist einfach auch ein bisschen Marketing. Also erstmal sagt der Anbieter, also Reclaim.ai, dass es halt mit AI läuft. Letztendlich ist es nichts anderes als eine Softwarelösung. Die Frage ist natürlich dann, wann rede ich von einer Softwarelösung und einem Tool und wann von einer KI. Wenn die das so nennen, wer bin ich, mich da jetzt den Weg zu stellen und zu sagen, ja, nee, ist halt einfach nur eine Software, was es am Ende ja ist. Aber es hat natürlich auch was mit Marketing zu tun. Es klingt natürlich nicht so cool, wenn ich sage, ha, hier das Tool, sondern wenn ich sage, die KI oder die AI, das ist halt momentan ein Trend. Und jetzt muss man dazu sagen, auf dem neurodivergenten TikTok ist halt die Aufmerksamkeitsspanne häufig wie bei einem Goldfisch. Das betrifft mich genauso, wenn ich durchscrolle. Und da ist es natürlich aufmerksam, wenn ich sage, hier dieses KI-Tool, als zu sagen, hier dieses Tool oder hier das und so. Ob es jetzt letztendlich wirklich künstliche Intelligenz ist oder einfach nur eine gut programmierte Software ist, das mag ich jetzt nicht in Zweifel zu stellen, ja, das musst du mit der Firma, mit der Software klären, dass ich bin da auch nur Anwender, ja, genau. Aber vielen Dank für deinen Kommentar. Vielen Dank. Vielen Dank.